Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch allen geht's gut, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Heute wieder auf dem normalen Kanal. Gestern war ja bei der Kryptoeule die Charteranalyse, es hätte sich einfach nicht gelohnt hier extra noch ein Video zu machen. Deswegen gestern mal drauf verzichtet, heute wieder ganz normal und momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir traden momentan bei ungefähr 41.900 US-Dollar. Bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und vielleicht sogar die Glocke, damit ihr wirklich nichts mehr verpasst. Gut, würde ich sagen, wir starten direkt durch. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 41.900 US-Dollar bei Bitcoin. Wir haben hier noch etwas Probleme mit dieser Supply-Zone. Da hatten wir hier damals schon mal Probleme. Es ist auch das Golden Pocket von dieser Abwärtsbewegung. Wenn wir das Fib-Level bis hier runterziehen würden, haben wir auch weiterhin ein bisschen Probleme. Gut, wir haben Wochenende, wir haben CME-Gap bei ungefähr 42.000, genau 42.000. Schaut auf jeden Fall nochmal in der Telegram-Gruppe vorbei, ist angepinnt. Und ansonsten, kurzfristig auf dem 4-Stunden-Chart können wir eine leichte Bearish Divergence erkennen. Also man sieht hier, höheres hoch im Chart, tieferes tief im RSI, Volumen abnehmend. Wir haben aber auch immer noch diese kleine Bull-Flag, die aber für mich mittlerweile ein bisschen invalide ist. Deswegen würde ich da langsam mal rausmachen. Wir konsolidieren hier einfach zu lange rum. Da möchte ich dann, wenn dann, impulsives Breakout nach oben hinsehen. Mit einer Bestätigung, die hatten wir, aber danach ist einfach das Volumen eingeschlafen. Und deswegen für mich jetzt erstmal invalide, für mich jetzt erstmal ausschlaggebend, erstmal die Bearish Divergence. Ansonsten, was ist immer noch möglich? Trotz dieser Bearish Divergence halte ich es weiterhin für möglich, dass wir heute immer nochmal einen kurzen Push, vielleicht wirklich hier in Richtung 44, vielleicht 45k sehen. Am Montag einen False-Move-Dump. Irgendwie nach unten nochmal einen Breakdown schaffen, um nochmal ein paar Longs zu wrecken. Wobei das Funding absolut nicht dafür spricht. Also wir haben Funding-Gebühren, die im Minus sind. Das heißt, mehr Leute sind Short auf jeden Fall. Während auf den Bitfenix-Longs die Longs immer weiter mit hinzunehmen, die Shorts und weiterhin abnehmen. Also das ist momentan wirklich kritisch. Normalerweise könnte man jetzt hier wirklich sagen, okay, man eröffnet vielleicht hier sogar schon eine Long-Position. Vielleicht sogar eine Swing-Long. Wobei man echt ein bisschen aufpassen muss. Also nicht mit riesen Hebel, vielleicht ein 2er, 3er Hebel und dann auch nur kleine Positionsgröße, um sich dann die Position vielleicht nach unten hin nochmal ein bisschen aufzubauen. Weil ich es einfach noch für möglich halte, dass wir hier vielleicht wirklich nochmal in den Bereich der 39k maximal runtergehen. Eher sogar in den Bereich von 40k. Vielleicht so 40, 40, 5. Das sind so momentan die Zonen, die ich im Auge behalte. Und dann hier vielleicht nächste Woche wirklich eine richtig bullische Woche hinkriegen. Also die Aktienmärkte sehen gut aus. Bitcoin sieht eigentlich auch relativ gut aus, bis auf diesen erhöhten RSI. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Aber so ein kleiner Move, sage ich mal, nach unten ist auf jeden Fall nochmal drin. Und dann muss man auf jeden Fall gucken, ob man hier vielleicht nochmal gegebenenfalls eine neue Long-Position aufmacht. Ich für meinen Teil werde das wahrscheinlich auf jeden Fall tun. Wenn, dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Update da lassen. Ja, die 4 Stunden E-Mail-Ribbons liegen hier auch unten in diesem Bereich. Klar, verschieben sich jetzt übers Wochenende noch ein bisschen weiter nach oben. Aber trotzdem, auf jeden Fall diese Zone hier unten 40 bis 40, 5 im Auge behalten. Halte ich auf jeden Fall möglich, dass wir hier nochmal runterkommen könnten. Wäre auch gleichzeitig der Retest, dafür gehen wir mal ganz kurz in den Daily Chart, um uns das nochmal ein bisschen genauer anzugucken. Wäre auch gleichzeitig der Retest dieses Falling Wedge. Habe ich jetzt nicht mehr eingezeichnet, aber stellt euch das ja vor, hier ist noch eine Querlinie drin. Wäre dann das Falling Wedge, wäre ein Retest plus unser ehemaliges Symmetrical Triangle, was ich jetzt auch erstmal rausgenommen habe, weil das ja ausgebrochen ist. Aber gut, wird sich jetzt zeigen, wichtig für mich weiterhin diese 48k, dass wir dann nächste Woche auf jeden Fall drüber kommen. Und danach halte ich irgendwann in Richtung 56k. Aber dafür ist es noch zu früh, möchte ich jetzt nicht ausrufen. Gehen wir dann wahrscheinlich irgendwann nächste Woche nochmal näher drauf ein. Ansonsten gefällt mir das ganz gut auf den Daily. Klar, fehlt auf jeden Fall noch Volumen. Wir sind aber nicht auf den Daily übergekauft oder sonst irgendwas. Auch hier haben wir auf jeden Fall noch enormes Potenzial zu steigen. Also ich bin erstmal Bullish eingestimmt. Auch wenn wir jetzt nochmal einen kleinen Rücksetzer kriegen könnten. Alles, alles im Rahmen, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns noch ein bisschen die Altcoins an. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Vor allem Ethereum hatte ja auch so eine Art Bullflag hier, die ich jetzt aber auch nicht eingezeichnet habe. Also gefällt mir auch nicht so wirklich. Preisziel von unserem Symmetrical Triangle ist sehr, sehr interessant. Und zwar, wenn wir unser Fibonacci Retracement Level von unserem All-Time High bis runterziehen, bis zu unserem Low, wäre unser Preisziel von einem Symmetrical Triangle genau hier im Golden Pocket. Das heißt, bei ungefähr 3.800, 3.900 US-Dollar würde gleichzeitig ein Dead Cat Bounce bedeuten. Dead Cat Bounce heißt, wir kriegen nach unserem All-Time High nochmal Retracement nach oben hin. Und dann, wenn wir hier rejected werden, hätten wir einen sogenannten Dead Cat Bounce. Und dann würde es in den Bernmarkt gehen. So zumindest die Theorie, wie das oder ob das dann wirklich eintritt, werden wir dann sehen. Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt zu früh, das auszurufen. Aber ist schon mal ein interessantes Preisziel, was wir hier von unserem Symmetrical Triangle haben. Dass es genau in dieses Golden Pocket reinlaufen würde. Aber gut, müssen wir auch mal hier noch beobachten. Ansonsten, 4-Stunden-Schal auch relativ hier übergekauft. Also wir haben hier keine Bearish Divergence. Wir haben hier ein relativ leichtes Hoch gebildet. Trotzdem, RSI auch relativ weit oben Volumen deutlich abnimmt. Und auch hier wäre nochmal die Möglichkeit, sage ich mal, in den Bereich um 2.770 US-Dollar zu fallen. Oder vielleicht auch nur bis 2.840. Also das sind so die Zonen, wo ich sage, okay, hier würde ich mir dann langsam Gedanken machen, doch mal eine Long-Position aufzubauen. Auch weil hier dieser Monats-Pivot auch noch liegt. Müssen wir einfach jetzt mal gucken, die nächsten Stunden, beziehungsweise jetzt am nächsten Montag. Könnte auf jeden Fall eine spannende Woche werden, vor allem Montag und Dienstag. Dass wir wirklich nochmal einen Rücksetzer nach unten hinkriegen. Nochmal ein bisschen die Stimmung rauskegeln. Und dann wirklich hier in den neuen, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen Bullrun starten könnten. Beziehungsweise erstmal eine neue Abphase. Nachdem wir jetzt monatelang seitwärts gelaufen sind, wäre das jetzt wirklich eine gute Zeit für eine mögliche Trendwende. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano verhält sich Bombe. Also hier haben wir ja gesagt, okay, schöne Bodenbildung, was hier absehbar ist. Jetzt fehlt nur noch unser ehemaliger Downtrend. Und wir sind jetzt hier über ein 200er SMA, gefällt mir aber nicht gut, weil wir einfach hier in RSI deutlich übergekauft sind. Also auch hier wäre es zumindest wünschenswerter, auch wenn wir unten im RSI nochmal vielleicht hier so einen Retest kriegen auf ungefähr 55. Und dann hier auch nochmal die 4 Stunden E-Mail Ribbons antesten. Einfach um zu sehen, wir befinden uns jetzt wieder in einem Abtrend. Die 4 Stunden E-Mail Ribbons gelten als Support und dann mit genügend Schwung über unseren Downtrend zu kommen. Vielleicht in Richtung Monats-Pivot die magische 1$ oder psychologische 1$-Marke wird hier extrem wichtig sein. nochmal eine Rejection, den Downtrend bestätigen und dann hier wirklich ab nach oben. Also momentan wirklich können wir bei vielen Altcoins so eine leichte Bodenbildung erkennen. Wir können uns auch mal ganz kurz ICP angucken. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo ich jetzt auch nochmal Spot ein bisschen nachgekauft habe. Ich warte aber auch hier wirklich noch ein bisschen, ob ich hier wirklich in den Long Trade reingehe. Wo haben wir denn das ICP? So, da. Weil wir auch hier haben ja gesagt, okay, wir haben auf dem 4 Stunden Chart diese Bullish Divergence. Die hat jetzt ausgespielt mittlerweile. Nah am 200er SMA hätte ich mir gewünscht noch ein bisschen höher. Einfach um diese Rejection mitzunehmen, vielleicht einen kleinen Short Trade einzugehen. Aber auch hier sieht es für mich langsam immer mehr nach Bodenbildung aus. Deswegen Spot ein bisschen nachgekauft. Ist natürlich eine Wette auf die Zukunft, weil wir hier absolut, wir hatten unser All-Time-Low, sage ich jetzt mal hier, bei 14$. Und jetzt erholt sich der Kurs so langsam, wir bilden höhere Tiefs. Jetzt fehlt auf jeden Fall noch ein höheres Hoch. Das heißt, bei ungefähr 20, 21 US-Dollar würde ich dann vielleicht hier oder bei einem Retest 200er SMA, wenn der RSI passt, wirklich überlegen, eine größere Long Position hier aufzumachen, eine Swing Position. Ansonsten schauen wir uns noch Phantom an. Auch Phantom verhält sich Bombe. Also seitdem wir uns das angeguckt haben, eins zu halte Verhalten. Wir sind über dem Pivot. Pivot bestätigt. Nächster Run nach oben. Wir sind aber nicht ganz in dieses Supply reingekommen. Schade eigentlich, dass wir dann nicht hier rejected worden sind. Aber ansonsten perfekt mitgenommen. So, dieser Trade hat auf jeden Fall 1 zu 1 gepasst. Auch hier wäre es jetzt wichtig, vielleicht am Montag nochmal hier in Richtung der 4 Stunden E-Mail-Ribbons zu kommen. Maximal nochmal in den Bereich von 1,17$. Aber auch hier habe ich mich langsam ein bisschen eingedeckt mit Spot-Handel, sage ich mal. Wir hätten auch ein kleineres Inverse Head & Shoulders. Wäre jetzt auch nicht verkehrt. Retest würde hier noch ausstehen. Heißt, es würde auch mit dem Monats S1 bei 1,25$ passen. Und dann hier wirklich in Richtung dieses Downtrends hinzukommen. Also ihr seht, die Anzeichen für eine Trendwende verdeutlichen, sage ich mal, immer mehr. Das bestätigt das, was wir in den letzten Tagen oder Wochen immer wieder mal besprochen haben. Ansonsten braucht man, glaube ich, nicht mehr auf die Altcoins eingehen. Also die Altcoins sind relativ bullisch. Wir können uns nochmal ganz kurz Luna angucken. Auch Luna konsolidiert hier schön in dem 92er Bereich. Wir sind hier nicht mehr ganz unter die Zone gekommen. Die 4 Stunden, die Mahnzone wurde durchbrochen. Und somit invalide. Aber so einen kleinen Push in Richtung 80$ hätte ich mir dann schon noch gewünscht, um vielleicht eine Long-Position aufzubauen. Ansonsten sehen die Altcoins wirklich gut aus. Auch Bitcoin gefällt mir, habe ich ja jetzt gerade gesagt, auf was wir jetzt achten sollten die nächsten Tage. Ansonsten schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Immobilien-Investment mit Bitcoin und Kryptowährungen. Jetzt erstmalig möglich. Auch interessant. Ich weiß nicht, ob man es immer braucht und sowas. Aber auf jeden Fall ein weiterer Schritt zur Adoption. Es wird immer weiter eingebaut. Auch in Immobilienbranche ist jetzt noch nichts, sag ich mal, so Neues. Haben sich ja viele vorgenommen, das ein bisschen zu tokenisieren oder sowas in der Art. Ja, genau. Link werde ich euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten kommt geil in die Telegram-Gruppe. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Morgen oder nächste Woche kommen die Videos dann Montag bis Sonntag wieder erst gegen Nachmittag. Ihr wisst warum. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, entspannten Sonntag. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen Nachmittag wieder. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Schaut nicht zu viel in die Charts. Genießt die Sonne. Und wie immer, stay crypto.